Crispum Schmuck Crispum Schmuck kann man ganz einfach mit Naturmaterialien selbst gestalten. Eine Möglichkeit ist die Verwendung von Zapfen. Verschiedene mittelgroße oder kleine Zapfen mit einer Schlaufe zum Aufhängen versehen. Die Zapfen an der Spitze mit flüssigem Wachs beträufeln. Auf dem noch weichen Wachs mit den Fingern Vanillezucker drüber streuen. Dies sieht nicht nur schön aus, sondern vielleicht auch einen herrlichen Duft. Untertitelung des ZDF für funk, 2017